Findest du dich in deinem Leben in einer Situation wieder, die du als Prüfung bezeichnen würdest? Irgendwelche schwierigen Dinge, mit denen du umzugehen hast und wo du weißt, du musst im Glauben stehen, du musst irgendwie diese Glaubensprüfung hinter dich bringen. Interessanterweise erleben sehr viele Christen, dass sie gerade in diesen Prüfungszeiten den Zuspruch und das Reden Gottes, was sie so jetzt ganz besonders dringend brauchen, vermissen. Es scheint gerade jetzt in diesen Situationen so, als ob der Herr nicht redet, als ob du nichts hörst, nichts empfängst, als ob du allein bist mit deinem Glauben, allein bist mit deinem Problem. Da das ein Phänomen ist, was sehr vielen Menschen begegnet, möchte ich dir ein klein wenig helfen, das zu verstehen. Das Wort Prüfung ist eigentlich im Deutschen wunderbar geeignet. Es ist eine Prüfung. Du kannst es dir vorstellen wie eine Prüfung in der Schule, wie ein Test. Stell dir vor, im Unterricht wurde ein Thema behandelt und der Lehrer hat darüber gesprochen. Er stand zur Verfügung, wenn Fragen waren. Er hat sich mit dir auseinandergesetzt und er weiß, du hast es verstanden. Du kennst dich mit dieser Thematik aus. Und dann kommt es zu einem Test, zu einer Prüfung. Und in der Schule erwartest du nicht, dass gerade jetzt der Lehrer zu dir spricht. Stimmt's? Ganz im Gegenteil. Der Lehrer will ja wissen, ob du es verstanden hast. Er ist ruhig, er hält sich zurück und er lässt diese Zeit der Prüfung zu, durch die du durchgehen musst. Dieser Test, den musst du bestehen. Und genauso ist es im Geistlichen. Es ist gar nichts Fremdartiges, wenn du durch eine Prüfung gehst und gerade jetzt eben das Reden des Herrn nicht hörst. Eigentlich ist das nur ein Zeichen dafür, dass er dich vorbereitet hat. Wenn du jetzt in dieser Situation drin bist und er irgendwann mit dir sagen wird, gut, das hast du gut gemacht oder vielleicht nicht so gut gemacht oder vielleicht das müssen wir nochmal machen. Dann drehen wir nochmal eine extra Runde, weil du den Test nicht bestanden hast. Wir lesen, Geliebte, lasst euch durch das, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegnen euch etwas Fremdes. Wundert euch doch nicht, wenn ihr in so einer Prüfung drin seid. Das gehört zum Leben dazu. Der Herr geht mit euch voran. Er lehrt euch, er schult euch, ihr wollt wachsen, ihr wollt weiterkommen und dazu gehören eben diese Prüfungszeiten. Oder wir lesen, Darin jubelt ihr, der ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen, und das Wort, das hier verwendet wird, kann auch mit Prüfungen übersetzt werden, in mancherlei Prüfungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird, als die des vergänglichen Goldes. Dein Glaube soll durch diese Prüfung bewährt werden. Ich glaube, dass es gut für dich ist, wenn du in einer Prüfungssituation bist, im Vertrauen auf den Herrn und dass er sehr wohl sieht, was du machst und dass er dich sehr wohl im Blick hat, einfach durchgehst, das tust, was du weißt, was richtig ist, und es kommt die Zeit, wo die Prüfung vorbei ist und wo es weitergeht. In dem Sinne glaube ich, Gott hat mehr für dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017